Hallo und herzlich willkommen im Thea-Podcast, dem Podcast für ganzheitliche Medizin und Hypnose. Mein Name ist Dorothea Leinung, ich bin Internistin, Hypnose-Therapeutin, Mentorin für ganzheitliche Gesundheit und deine Gastgeberin. Heute geht es um einen ganz besonderen Stoff, der speziell bei Hashimoto eine sehr wichtige Rolle spielt, nämlich das Selen. Ums Selen kommst du nicht herum, wenn du unter einem Hashimoto leidest, deshalb beleuchte ich das heute mal etwas genauer. Du erfährst in der heutigen Folge, wozu wir das Selen überhaupt brauchen, welche positiven Effekte Selen bei Hashimoto hat, wie du mit Selen sogar Angstzustände behandeln kannst, wie hoch die Dosierung sein sollte, wie eng die therapeutischen Grenzen sind und wie du eine Überdosierung merkst. Aber natürlich auch noch einiges mehr. Und wenn auch du unter einem Hashimoto leidest und dir hier ganzheitliche Unterstützung wünschst, dann komm doch gerne in meinen 1 zu 1 Mentoring oder meinen Hashimoto Kurs. Darin teile ich mit dir mein Wissen und meine Erfahrungen und begleite dich auf deinem Weg, damit auch du den Hashimoto hinter dir lassen kannst. Kontaktiere mich dazu gerne über meine Website www.dorothealeino.com. Ich freue mich auf dich. So, und jetzt geht's los. Viel Freude mit dieser Episode. Hi und schön, dass du wieder mit dabei bist. Ja, Selenmangel. Selenmangel ist einer der häufigsten Nährstoffmängel, die sich bei Menschen mit Hashimoto finden lassen. Und ein Mangel an diesem wichtigen Schilddrüsen-Nährstoff ist ein sehr häufiger und weithin anerkannter Auslöser von Autoimmunerkrankungen der Schilddrüse. Selen ist ein wichtiges Spurenelement und Antioxidans, das für eine gesunde Schilddrüsenhormonsynthese und einen gesunden Stoffwechsel benötigt wird. Außerdem ist es ein sehr potenter Schwermetallfänger. Die menschliche Schilddrüse weist von allen Organen des menschlichen Körpers den höchsten Selengehalt pro Grammgewebe auf. Selen unterstützt die Umwandlung des inaktiven Schilddrüsenhormons Dyroxin, also T4, in Triothyronin, also T3, nämlich die biologisch aktive Form, die der Körper benötigt, damit alles, wie zum Beispiel dein Haarwachstum und deine Zellaktivität gut funktioniert. Selen unterstützt den Prozess insofern, als dass es die Schilddrüsenzellen während dieses Vorgehens vor allem vor oxidativen Schäden schützt. Warum? Ja, also wie du weißt, produziert die Schilddrüse das Dyroxin, also das T4, das aber, wie gesagt, leider biologisch relativ inaktiv ist. Deshalb muss es in Triothyronin, also das T3, nämlich das biologisch aktive Schilddrüsenhormon, umgewandelt werden. Und bei diesem Umwandlungsprozess fällt Wasserstoffperoxid an, das neutralisiert werden muss. Denn Wasserstoffperoxid kann das Gewebe schädigen und sogar zerstören. Jeder, der schon mal seine Haare mit Peroxid bleichen wollte und das Zeug auf die Haut bekommen hat, weiß, dass die Haut so begeistert davon war, dass sie sich vor Freude direkt abgeschält hat. Ja, und genau das Gleiche passiert dann eben auch in deiner Schilddrüse. Das Gewebe wird vom Peroxid einfach weggeätzt. Deshalb braucht es einen Neutralisator, wie zum Beispiel die selenhaltige Glutathionperoxidase, die eben das genannte Peroxid unschädlich macht. Bleibt das reaktive Wasserstoffperoxid unkontrolliert, dann verursacht es nicht nur Gewebsschäden, sondern auch eine Entzündung des umgebenden Schilddrüsengewebes. Diese Entzündung führt dann wiederum zur Einwanderung von Entzündungszellen, der Bildung von Antikörpern und letztlich kann das dann eine Autoimmunerkrankung triggern. Nach dem Auftreten der Autoimmunreaktion kann es dann zu Umwandlungsstörungen von T4 in T3 kommen, was wiederum dazu führt, dass die TSH-Produktion ansteigt. Und das wiederum stimuliert den ganzen Prozess, der dann dazu führt, dass sich das Wasserstoffperoxid noch weiter ansammelt und entsprechend mehr Schäden anrichtet. Also sie ist also ein totaler Teufelskreis. Deshalb ist ein Selenmangel so ein Risikofaktor für das Hashimoto-Syndrom. Die gute Nachricht ist aber, dass du mit Selen dein Hashimoto aber auch am Fortschreiten hindern und sogar umkehren kannst. In Studien hat sich gezeigt, dass sich die Entwicklung der Autoimmunerkrankung durch die Gabe von Selen deshalb verhindern lässt, weil Selen die Zahl der Schilddrüsen-Antikörper senkt und gleichzeitig die Zahl derjenigen Immunzellen erhöht, die dem Körper dabei helfen, das eigene vom fremden Gewebe zu unterscheiden. Das heißt, es kommt dann zu deutlich weniger Angriffen auf das körpereigene Gewebe. Das bedeutet also, wenn du Selen in therapeutischer Dosierung zu dir nimmst, kannst du sowohl die Schilddrüsen-Symptome verringern und dein Wohlbefinden verbessern, als auch sogar die Autoimmunprozesse stoppen und umkehren. Eine weitere wichtige Funktion des Selens ist seine Fähigkeit mit Quecksilber, Cadmium und Blei Komplexe zu bilden und den Körper so vor erheblichen gesundheitlichen Schäden zu schützen. Wir wissen ja inzwischen, dass Umweltgifte wie eben zum Beispiel Schwermetalle eine wichtige Ursache für Autoimmunerkrankungen wie dem Hashimoto darstellen. Speziell dazu mache ich gern demnächst auch noch einmal eine Themenwoche bzw. bringe eine Podcast-Folge dazu raus, weil das nicht nur ein mega wichtiges Thema ist, sondern natürlich auch recht komplex. Wie du also siehst, ist Selen also so eine Art Superheld oder Schutzschild für unsere Zellen. Leider sind aber inzwischen viele Menschen vom Selenmangel betroffen und das sind nicht nur Menschen mit Hashimoto, sondern auch viele andere. Solche Menschen zum Beispiel, die bestimmte Diäten einhalten oder einhalten müssen, Menschen mit Reizdarmsyndrom, Schwangere und Menschen mit Zöliakie bzw. Glutenempfindlichkeit. Und wo wir gerade bei Gluten sind, hier gibt es etwas augenscheinlich Paradoxes anzumerken, denn Menschen, die wegen Hashimoto eine glutenfreie Diät beginnen, um zum Beispiel Elite-Gut-Syndrom zu bessern, diesen Menschen kann es passieren, dass sich dadurch unbeabsichtigt ein Selenmangel einstellt. Zwar hat sich gezeigt, dass eine glutenfreie Ernährung die Symptome des Hashimoto's verbessert und den Autoimmunangriff auf die Schilddrüse verringert, doch ist es wichtig zu wissen, dass ein Selenmangel tatsächlich durch eine gluten- und getreidefreie Ernährung noch zusätzlich verschlimmert werden kann. Wir Ernährungsstudien bei Menschen mit Zöliakie gezeigt haben. Auch der Mangel an Magensäure kann einen Selenmangel fördern. Du erinnerst dich, das habe ich vor kurzem eine Podcast-Folge gemacht, deshalb ist es so wichtig, dass man hier genau hinschaut, immer mal wieder den Selengehalt im Blut bestimmt und nicht allein den Dosierempfehlungen vertraut. Bevor wir aber gleich dazu kommen, wie hoch dein Selenspiegel sein sollte und wie du ihn am besten messen kannst, kurz zu einer anderen wichtigen Frage, nämlich, warum sind eigentlich so viele Menschen vom Selenmangel betroffen? Ja, das hat verschiedene Gründe. Speziell bei Menschen mit Hashimoto-Syndrom treten viele Nährstoffdefizite auf, was zum einen an der schlechteren Nährstoffaufnahme durch das Magen-Darm-System liegt, zum anderen ist aber auch unsere Lebensmittelindustrie dafür verantwortlich, denn in verarbeiteten Lebensmitteln finden sich inzwischen kaum noch die dringend benötigten Nährstoffe. Außerdem ist die im Supermarkt erhältliche Nahrung häufig nicht oder zu wenig regional und saisonal und stammt leider oft auch noch von nährstoffarmen Böden. Deshalb nimmt die Selenverarmung in der Bevölkerung auch immer mehr und mehr zu und damit auch das Auftreten von Autoimmunerkrankungen wie dem Hashimoto. Deshalb kann man hier wahrscheinlich so weit gehen und sagen, es gäbe wahrscheinlich weniger Autoimmunerkrankte bzw. Hashimoto-Betroffene, wenn wir uns im Allgemeinen gesünder, regionaler, saisonaler und mehr Bio ernähren würden und das Essen deutlich nährstoffdichter wäre. Denn dann gäbe es möglicherweise weniger Nahrungsmittelunverträglichkeiten, weniger Stress, weniger Toxinbelastung und damit eben auch weniger Autoimmunerkrankungen wie den Hashimoto. Aber ja, das ist wie gesagt nur eine Theorie. Ja, wo wir gerade dabei sind, kommen wir doch einmal zu den Vorteilen von Selen und wie es die Prozesse beim Hashimoto, der postpartalen Thyroiditis, also der Schilddrüsenentzündung, die besonders gern nach der Entbindung auftritt und der schwangerschaftsbedingten Schilddrüsenunterfunktion umkehren kann. Also es gibt inzwischen viele Forschungsergebnisse, die darauf hindeuten, dass eine Selenensupplementierung bei Menschen mit Hashimoto-Syndrom mit einer Senkung der TPO-Antikörperspiegel, einer Verbesserung der Ergebnisse in der Schilddrüsenultraschalluntersuchung und einer optimierten Lebensqualität verbunden ist. Was die Antikörper angeht, so hat es sich gezeigt, dass die Schilddrüsenantikörper bei Menschen mit Hashimoto-Syndrom mit therapeutischen Selendosen innerhalb von drei bis sechs Monaten sogar um 40 Prozent gesenkt werden können. Die Studien hierzu findest du alle im Referenzteil in meinem Blogartikel auf meiner Website www.dorothealeino.com. Da kannst du auch nochmal genauer nachlesen, was das genau für Studien waren. Frage an dieser Stelle, warum ist es so wichtig, die Schilddrüsenantikörper zu senken, auch wenn die TSH-Werte uns sagen, dass wir kein Schilddrüsenproblem haben? Die Antwort darauf lautet, Antikörper sind ein Frühwarnsystem für das Hashimoto-Syndrom. Erhöhte Antikörperspiegel können schon Jahre vor dem Auftreten abnormaler TSH-Werte festgestellt werden. Und in Studien hat sich gezeigt, dass 80 bis 90 Prozent der Menschen mit Hashimoto erhöhte TPO- oder TG-Antikörper oder beides haben. Eine Senkung der Antikörper führt meist dazu, dass sich die Betroffenen schnell und deutlich besser fühlen. Und Maßnahmen wie die Einnahme von Nausergänzungsmitteln tragen hier tatsächlich einen erheblichen Teil dazu bei. Glücklicherweise gibt es neben der optimalen Selenaufnahme inzwischen viele erprobte Maßnahmen, die zu einer Reduktion der Antikörper und damit zu einer Linderung der Symptome führen. In meinem Schilddrüsen-Empowerment-Kurs gehen wir diese Maßnahmen Schritt für Schritt durch, damit du den optimalen Nutzen davon hast. Sicher dir am besten jetzt direkt deinen Platz auf der Warteliste. Den Link dazu findest du in den Shownotes. Kommen wir bei der Gelegenheit einmal zum Thema Selen-Supplementierung und Schwangerschaft. Man schätzt, dass bis zu 10 Prozent der schwangeren Frauen erhöhte TPO-Antikörper haben und dass etwa 8 Prozent aller Schwangeren eine postpartale Thyroiditis entwickeln, also diese Schilddrüsenentzündung nach der Entbindung. Es ist daher wichtig zu wissen, dass sich in Studien gezeigt hat, dass eine Selen-Supplementierung den Prozentsatz derjenigen, die an postpartaler Thyroiditis und Hypothyreose leiden, also Schilddrüsenunterfunktion, dass man diesen Prozentsatz erheblich senken kann. In einer sehr spannenden Studie erhielten schwangere Frauen, die zwar erhöhte Schilddrüsen-Antikörper, aber noch normale Schilddrüsenwerte hatten, während und nach der Schwangerschaft Selen. Die entsprechende Kontrollgruppe in dieser Studie erhielt ein Placebo. In der Gruppe, die sowohl während der Schwangerschaft als auch nach der Geburt Selen zu sich genommen hatte, ging das Fortschreiten der Schilddrüsenentzündung, also der Autoimmunthyroiditis, zurück und auch die TPO-Antikörperspiegel sanken. Diese Frauen zeigten auch ein geringeres Auftreten von Schilddrüsenfehlfunktionen in der Zeit nach der Geburt. Sie zeigten außerdem bessere Schilddrüsen-Ultraschallgewebemuster und eine geringere dauerhafte Hypothyreose als diejenigen aus der Placebo-Gruppe. Diese Ergebnisse zeigen, dass eine Selen-Supplementierung bei schwangeren Frauen mit TPO-Antikörpern zu einer Verringerung der Antikörper und zu einem Rückgang der Schilddrüsenentzündung und Unterfunktion nach der Geburt führen kann. Kommen wir noch zu einem anderen spannenden Thema, nämlich wie du mithilfe von Selen deine Ängste in den Griff bekommen kannst. Neben der Verringerung der Schilddrüsen-Antikörper kann eine Selen-Supplementierung bei vielen Menschen mit Hashimoto-Syndrom nämlich tatsächlich auch zu einer Verringerung von Angstzuständen führen. Angstzustände, Reizbarkeit und Launhaftigkeit sind alles Symptome, die häufig mit Hashimoto in Verbindung gebracht werden. Warum? Der Grund liegt unter anderem darin, dass es bei der autoimmunen Zerstörung des Schilddrüsengewebes zu einer regelmäßig wiederkehrenden und unkontrollierten Ausschüttung von Schilddrüsenhormonen kommen kann, was zur Symptomatik einer Überfunktion führt. Und das ist verbunden häufig mit Angst- und Paniksymptomen. Und hier kann die Einnahme von Selen-Präparaten tatsächlich wahre Wunder bewirken und innerhalb kurzer Zeit zu einer spürbaren Reduktion der Beschwerden führen. Was sind denn jetzt eigentlich optimale Selen-Werte im Blut und wie erzielen wir sie? Unabhängig davon, ob du versuchst, deine Antikörper zu reduzieren, Angstsymptome zu verringern oder dich einfach nur besser zu fühlen, willst du sicherstellen, dass deine Selen-Zufuhr ein optimales und therapeutisches Niveau hat. Aber was ist optimal? Auf diese Frage gibt uns das BFARM, das Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte, Auskunft. Es sagt nämlich, der in Deutschland geltende Referenzbereich für die Selen-Konzentration liegt im Vollblut bei 100 bis 140 Mikrogramm pro Liter. Das entspricht ungefähr 80 bis 120 Mikrogramm pro Liter im Serum. Ein Mangelzustand liegt demnach bei Werten unter 100 Mikrogramm pro Liter im Vollblut vor. Wie können wir das denn nun aber erreichen, wenn wir das Selen ausschließlich aus der Nahrung zuführen wollen? Lass uns dazu erstmal schauen, wo überall Selen drin ist. Also die Hauptquellen für Selen sind Fleisch, hier vor allem Innereien, wie zum Beispiel Leber, Fisch, Haferflocken, Paranüsse, Hülsenfrüchte und Eier. Ja, und da geht das Dilemma schon los. Denn wenn du dich als Hashimoto-betroffener Mensch Gluten- und Getreidearm ernährst und keinen so gesteigerten Wert auf Fleisch legst, dann hast du per se schon Schwierigkeiten, genug Selen aufzunehmen. Und solltest du zudem auch noch regelmäßig Kaffee und Alkohol konsumieren und vielleicht sogar auch noch rauchen, dann wird es mit der Selenversorgung aus der Nahrung sogar noch schwieriger. Denn all diese Konsumgifte entziehen deinem Körper zusätzlich Selen. Studien haben gezeigt, dass die minimale Selendosis, die für eine Reduktion der TPO-Antikörper erforderlich ist, 200 Mikrogramm täglich beträgt. Selbst eine Dosis von 100 Mikrogramm führt nicht zu einer statistisch signifikanten Verringerung der TPO-Antikörper, deshalb braucht es dafür tatsächlich das Doppelte. Einige Nährwerttabellen deuten ja darauf hin, dass eine Portion bestimmter Lebensmittel wie z.B. Paranüsse mehr als genug Selen enthält, sodass man versucht es zu denken, dass man nur ein paar Paranüsse essen muss und so schnell seinen Bedarf gedeckt hat. Ja, so verlockend das klingt, so ernüchternd ist leider die Realität. Denn ob deine Nüsse wirklich so viel Selen enthalten, wie du denkst, hängt ganz entscheidend davon ab, wo sie gewachsen sind. Denn es gibt nährstoffreiche und entsprechend nährstoffarme Böden. Und je ärmer ein Ackerboden, desto weniger Selen ist in deinem Nahrungsmittel drin. In Deutschland sieht es mit dem Selengehalt des Bodens z.B. recht düster aus. Also die besten Werte finden sich noch so in Teilen von Nordrhein-Westfalen und europaweit schneidet da eher so Großbritannien bzw. Irland besonders gut ab. Der Rest Europas glänzt eher durch Selen-Abwesenheit. Das Ganze wird durch den Klimawandel noch verstärkt und insofern wird es wohl immer schwieriger werden, seinen Selen-Bedarf allein durch die Nahrung zu decken. Deshalb werden in diesem Zusammenhang Selen-Präparate immer wichtiger. Stellt sich hier nur die Frage, welches Nahrungsergänzungsmittel macht denn jetzt Sinn und wie nimmst du es ein? Denn hier muss man wissen, dass es verschiedene Selen-Zubereitungen gibt. Das, was Endokrinologen gerne empfehlen, sind Apotheken-Präparate mit Natrium-Selenit. Diese Selen-Verbindung hat allerdings den Nachteil, dass sie durch Vitamin C zerstört wird, was natürlich doof ist. Jetzt kannst du entweder akribisch darauf achten, Vitamin C möglichst fern von deinem Selen zu halten oder auf etwas anderes umzusteigen. Eine mögliche Alternative zu Natrium-Selenit wäre Natrium-Selenat, das sich chemisch nur wenig unterscheidet, aber sich gut mit Vitamin C verträgt. Eine weitere Option wäre organisches Selen, also Selen-Hefe, Selen-Methionin oder Selen-Cystin. Das passt zwar ebenfalls zu Vitamin C, sollte aber in hoher Dosierung nicht langfristig eingenommen werden, weil es sich im Körper anreichern kann, ohne allerdings vollständig verfügbar zu sein. Ja, und wer Probleme mit Histamin hat, der sollte sowieso auf Selen-Hefe verzichten. Das heißt also, wenn du längerfristig Selen einnehmen möchtest, dann eignen sich am besten Natrium-Selenit und Selenat. Diese Selen-Verbindungen sind für den Körper gut verfügbar und eventuelle Überschüsse werden in der Regel ohne Probleme ausgeschieden. Beim Selenit musst du dann aber halt auf den Abstand zum Vitamin C achten, also mindestens eine Stunde. Manche Autoren sagen auch zwei Stunden Abstand, um sicherzugehen. Und einnehmen solltest du das Selen am besten morgens nüchtern mit einem Glas Wasser. Weil ich das auch mal wieder gefragt werde, ob man das zusammen mit seiner Tyroxin-Tablette einnehmen kann. Also spricht eigentlich nichts dagegen, das Selen zusammen mit dem Tyroxin einzunehmen. Und das betrifft auch das flüssige Natrium-Selenit, wie du es in Apotheken in Trinkampullen bekommen kannst. Ja, weil das gibt es ja nicht nur in Kapselform, sondern auch flüssig. Und das kannst du morgens bedenkenlos mit Tyroxin zusammen einnehmen. Das entspannt also die ganze Sache so ein bisschen, dass du nicht irgendwie zwischen Selenit und deinem Tyroxin-Abstand einhalten musst und dann nochmal zwischen Tyroxin und deinem Frühstück. Also ganz so schlimm ist es nicht. Wie kannst du denn jetzt die richtige Absorption von Selen sicherstellen? Also aufgrund der Absorptionsprobleme, die viele Menschen mit ihrem Darm haben, würde ich dir empfehlen, dass du dein Selen-Präparat zusammen mit einem Vitamin E-Präparat einnimmst. Da ist nämlich die Aufnahme von Selen unterstützt. Am besten nimmst du dann hier beides zusammen, also das Vitamin E-Präparat und das Selen-Präparat. Beides auf nüchternem Magen morgens mit einem Glas Wasser. Achte bitte darauf, dass die Vitamin E-Kapsel ohne Soja hergestellt wird, da Soja bei Hashimoto ja nicht so praktisch ist. So, wie startest du denn jetzt am besten mit der Seleneinnahme und was sind Symptome der Überdosierung? Denn Selen hat ja eine relativ enge therapeutische Breite und es kann dir tatsächlich, wenn du sehr unvorsichtig bist, passieren, dass du das Selen überdosierst. Also kommen wir vielleicht erstmal zur ersten Frage. Wie fängst du mit der Seleneinnahme an? Du kannst natürlich direkt mit den 200 Mikrogramm am Tag starten, sofern das von deinen Blutwerten her so Sinn macht und das auch entsprechend mit deinem Arzt, deiner Ärztin so besprochen ist. Du kannst aber auch, wenn du weißt, dass du generell empfindlicher auf Medikamente reagierst, das langsam einschleichen. Und da bietet es sich an, in den ersten vier Wochen so von 50 auf 100 Mikrogramm pro Tag langsam zu steigern und dann so ab der fünften Woche kannst du dann langsam auf 200 Mikrogramm hoch titrieren. Das machst du am besten auch in Absprache mit deinem Arzt und schaust auch vielleicht, dass du so eine Art Nebenwirkungstagebuch führst. Das hilft enorm, um einfach zu dokumentieren, wie du auf die Kapseln reagierst, weil jeder reagiert natürlich ein bisschen anders. Und wenn du so Sachen an dir feststellst, wie Magenschmerzen oder Übelkeit, Unwohlsein, dann dosier vielleicht lieber ein bisschen langsamer auf oder reduzier auch wieder und mach das wirklich von den Reaktionen deines Körpers abhängig, wie gut du das entsprechend verträgst. Wenn du das Gefühl hast, dass du möglicherweise überdosiert hast, weil die Frage kriege ich natürlich auch immer mal wieder gestellt, wie merke ich das, wenn ich überdosiert habe, dann merkst du das an solchen Symptomen wie starken Magenschmerzen, Magenkrämpfen, aber auch an sehr trockener Haut, wenn dir plötzlich die Haare ausfallen, was sie vielleicht vorher nicht gemacht haben oder wenn du Durchfall entwickelst, der unwahrscheinlich stinkt oder wenn dein Atem so nach Knoblauch oder auch nach verfaultem Rettich riecht oder sich deine Haut und die Nägel verfärben. Also das sind so klassische Anzeichen dafür, dass du eine Selenvergiftung hast. In der Regel passiert das nicht. Also ich will dich da beruhigen und dir jetzt keine Angst machen, aber weil die Frage dann immer wieder kommt, wie merke ich eine Vergiftung? Das sind so diese klassischen Symptome, an denen man das merken kann. In der Regel geht das wieder weg, wenn du dann das Selen pausierst. Ich würde dann auch nicht ausschleichen oder sowas, sondern ich würde es einfach dann komplett weglassen und auch Blutuntersuchungen durchführen, natürlich deinen Arzt, deine Ärztin informieren. Und wenn man wirklich richtig, richtig schwerwiegende Nebenwirkungen hat, wie das zum Beispiel bei Vergiftungserscheinungen infolge von Unfällen zum Beispiel ist, also Elektro- oder Chemieunfällen, dann kann es da zu Leber-, Nieren- und Herzproblemen kommen und wenn es richtig, richtig heftig ist, kann eine Selenüberdosierung sogar zum Tod führen. Also es ist nicht ohne das Zeug und deswegen soll man auch damit sorgfältig umgehen, aber wie gesagt, ich möchte es an dieser Stelle auch nochmal betonen, wenn du das umsichtig machst und in dieser Dosierung bleibst und das auch immer mal wieder kontrollierst, dann kann eigentlich sowas nicht so ohne weiteres passieren. Ja, wichtig an dieser Stelle ist noch, dass Selen natürlich auch mit anderen Nahrungsergänzungsmitteln und Medikamenten in Wechselwirkung treten kann. Also zum Beispiel mit Cholesterin senkenden Statinen, mit Magensäureblockern, mit Chemotherapeutikern, mit Corticosteroiden und sogar der Antibabypille und das ist nicht ganz unwichtig zu wissen. Und was du auch bedenken solltest, dass Selen kann natürlich auch interagieren mit pflanzlichen Präparaten, wie sie zur Unterstützung der Stillzeit zum Beispiel eingenommen werden. Dazu gehören Kamille, Cayennepfeffer, Alfalfa, Knoblauch, Pfefferminze, Zitronengras, Ginseng und noch einiges mehr. Also eine ausführlichere Liste dazu findest du auf meinem Blog. Und wenn du diese Mittel einnimmst, dann sollte man vielleicht öfter mal den Selenspiegel im Blut kontrollieren. Ja, also dass du da einfach nichts verpasst. In der Regel, wie gesagt, kommt es aber bei sachgerechter Anwendung zu keiner Überdosierung, sondern erst, wenn du so circa 500 bis 800 Mikrogramm Selen am Tag zu dir nimmst. Und das ist schon eine Menge. Und da musst du erst mal hinkommen. Ich habe ja vorhin gesagt, dass du das über natürliche Nahrungsmittel in der Regel sowieso nicht schaffst. Und bei den Tabletten, die du einnimmst oder bei den Kapseln, da weißt du ja, wie viel du einnimmst. Insofern kann das in der Regel nicht passieren. Wann sollte denn eigentlich eine Untersuchung des Selenspiegels im Blut erfolgen? Auch eine ganz, ganz wichtige Frage. Der Selenspiegel im Blut wird ja bei Schilddrüsenpatienten und Patientinnen leider nur selten untersucht. Und das liegt unter anderem daran, dass die Laboranalyse des Selenwerts relativ teuer ist und dem Arzt nun begrenztes Laborbudget zur Verfügung steht. Wenn du Selen nur kurmäßig und fachgerecht anwendest mit einer Maximaldosis pro Tag von 200 Mikrogramm pro Liter und dann vielleicht auch nur so für zwei, drei Monate, dann ist eine Blutkontrolle bei Beschwerdefreiheit nicht unbedingt notwendig. Wenn du Selen aber längerfristig einnimmst, dann sollte man schon ein bis zweimal im Jahr schauen, wie hoch dein Spiegel ist. Und wenn du Auffälligkeiten an dir bemerkst, dann natürlich noch häufiger, ist klar. Grundsätzlich gilt, wie bei jeder Einnahme von Medikamenten oder Nahrungsergänzungsmitteln, dass du dich am besten mit deiner Ärztin, deinem Arzt bzw. deinem Therapeuten abstimmst und ihr gemeinsam schaut, welches Präparat und welche Startdosis für dich die richtige ist. Selen ist unbestritten bei Hashimoto eine gute Unterstützung. Aber wie du gesehen hast, gibt es auch hier einiges zu beachten und auch zum Beispiel im Zusammenhang mit Jod einiges zu berücksichtigen. Und wenn du speziell dazu auch noch mehr wissen willst, dann lies am besten meinen Blogartikel auf meiner Website. Da habe ich nämlich dazu auch noch mal einiges geschrieben. Aber ich wollte jetzt heute hier den Podcastraum nicht sprengen. Deswegen habe ich das heute mal rausgelassen. So, und das war es an dieser Stelle auch schon wieder für heute. Ich denke, das war auch wieder viel Information. Ich weiß, es ist jetzt keine entspannte, ich höre einfach mal so im Halbschlaf zufolge, sondern ich mache in letzter Zeit relativ viele Stift- und Zettelfolgen. Aber ich finde das total wichtig, dass du diese Informationen gebündelt hast und das nicht irgendwie auf 30 Folgen verteilt wird. Ich persönlich mag das lieber kurz und knackig. Ich weiß, es ist dadurch relativ anspruchsvoll und herausfordernd, aber dafür hast du dann halt auch alles in einer Folge zusammen. Und das finde ich persönlich ganz schön. Und du kannst dir die Folge ja so oft anhören, wie du möchtest. Und in meinem Blogartikel kannst du das ja alles auch noch mal nachlesen. Ja, das war es wieder für heute. Ich hoffe, du konntest eine Menge für dich daraus mitnehmen. Und wenn du einen Hashimoto hast und dir hier ganzheitliche Unterstützung wünschst, dann komm doch gern zu mir ins 1 zu 1 Mentoring. Dort begleite ich dich ganz individuell und maßgeschneidert über mindestens acht Wochen hinweg und zeige dir, wie auch du deinen Hashimoto umkehren kannst. Und wenn du nur eine Kurzzeitberatung wünschst, dann findest du ab sofort unter der Rubrik Mentoring auf meiner Website entsprechende sehr günstige Angebote. Vereinbare gerne dein unverbindliches Kennenlerngespräch über das Buchungsformular auf meiner Website und dann sehen wir uns bald. Ich freue mich. Bis dahin, dir noch einen fantastischen Tag und vergiss nicht, du bist göttlich. Deine Doro Bis dahin, dir noch einen fantastischen Tag. 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 Bis dahin, dir noch einen fantastischen Tag.